Bist du da, Helga? Ja, was denn los? Ich hab ne tolle Idee. Morianne, ich hab dir schon mal gesagt, dass du als Andrea Berchtubel nicht das nötige Aussehen hast. Nein, Helga, was ganz anderes. Ja, was denn? Da kommst du nie drauf. Ja, du hör mir auf mit dem Rätselgedöns. Ich mach so weit nicht harm. Sag mir mal, was Sache ist. Ich werd Influencerin. Warst du damit mal beim Arzt, oder? Was? Influencer geht rum. Das liegt am Wetter. Helga, Influencerin. Das im Internet. Das ist ein Virus, ich sag's dir. So, nun aber. Jetzt mal in Ernst. Das ist doch ein Scherz von dir. Aber wieso denn? Mein Enkel Johannes hat mir das mit der Technik schon alles beigebracht. Und das hast du verstanden? Nee. So, Morianne, wir sind doch aus dem Alter raus. Weißt du, was so Influencer für Geld verdienen? Viel zu viel. Ist so. Damit kann ich uns auf Pellworm ins Ritzkarten einbuchen. Haben die das doch. Wieso denn nicht? Und damit willst du unseren Urlaub finanzieren. Natürlich. Komm, ich mach meinen ersten Snap. Was machst du? Mein ersten Snap. So heißt es auf Instagram. Ich will doch nicht mit drauf sein. Helga. Ich verklag dich. Dann halt nur ich. Was ist denn dein Thema? Was? Influencer reden doch immer über so'n, irgend so'n Blödsinn. Ehhh. Und du musst Werbung machen. Was muss ich? Werbung. Influencer machen immer Werbung. Aber das ist... Komm, mach einfach mal und dann können wir sehen, was dabei rumkommt. Hallo, meine lieben Follower. Folg mir auf Instagram. So. Das ist nicht dein Ernst. War nicht gut? Wer ist denn bitte schön so blöd und folgt dir nach so'nem langweiligen und einfallslosen... Drei neue Follower. Unfassbar. Ich mach noch eins. Moriane. Was? Du musst auch mal irgendwas Spannendes machen. Soll ich mir Ausschnitt zeigen, Helga? Ja, äh, nee, also... Ich mach noch eins. Ich mach noch eins. So. Du musst dir vorher... Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich muss mir vorher, ich muss vorher mir überlegen, was ich... Musst du dir schon mal vorher Gedanken machen. Gar nicht so einfach so zu influencen. Sag mal so. Hier ist die Moriane. Das ist mein Kanal. Hier seht ihr immer alles so aus mein... Aus mein Leben. So, mach das so. Jetzt mach das so. Mach das so. Das ist mir zu viel Text. Also bitte. Das kann ich mir nicht merken. Dann mach Werbung. Aber wofür denn? Hier, für den. Wie heißt er? Freshtorben. Für seine Live-Shows? Genau. Das sind doch jetzt neue Termine. Auch in Süddeutschland und so weiter. Okay. Ich versuch mal. Konzentrier dich. So. Und los. Hallo. Ich bin Freshtorben. Ich... Ah, nee. Moriane. Kann ich nicht. Gib mir mal das Handy her. Und dann zeig ich dir mal, wie das geht. Aber bitte nicht so. So, ihr Kackbratzen. Freshtorben ist auf Live-Tour und hat neue Termine auch in Süddeutschland, in Osten, Schweiz, Österreich. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Termine seht ihr hier auch alle. So. Wir freuen uns auf euch. Kommt mal vorbei. Liebe Grüße. Mogdad, Helga und Moriane. Tschüss. Wieso kannst du das so gut? Ach, ich hab da... Was? 97 hab ich da mal einen Influencer kurz gemacht. 97? Ja, ja. Aber da gab's doch noch gar keinen Influencer. Ist ja auch egal. Also, sichert euch jetzt die Tickets. Hier ist nochmal die Adresse. Und den Link findet ihr in der Videobeschreibung. So, Feuer ab jetzt. Kannst du mir das mal beibringen, wie mein Influencer? Moriane, ich muss. Mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Süßkartoffeln mit Sauerkriem. Kann ich nicht. Da hatte ich mal auf dem Feuerwehrballfest eine ganz schlechte Erfahrung mit der Sauerkriem, oder? Kannst doch auch einfach die Sauerkriem weglassen, sag ich morgen. Krieg bakterielle Vaginose von. Ja, dann gute Besserung. Dir auch. Mogdad. Mogdad. Mh, t記ierat. Herg, t記ierat. Vielen Dank.